Aga als Frau hat natürlich das Fräuliche im Vordergrund und die Skulpturen, die sie gemacht haben, haben erotische Patsche. Sie sehen das, sie zeigt auch die Beschneidung von gewissen jungen Maikü, die gemacht werden. Sie zeigt das in einer anderen Form der Leidigkeit. Und einen ganz speziellen Ausdruck hat uns noch nie gehandelt. Sie hat das gemacht mit der Pedigablichtungsbahn in Kombination mit Kunststoff und das in Verbindung mit Drahtzeilen, die sie aufgenommen haben. Ganz speziell auch wieder das hier mit dem Thema, auch das Leben einer Frau mit den Kindern als steinbelastend dargestellt. Oder das hier mit der Schmierung mit dem Drahtzeilen zusammen. Die Kombination mit Aussensfeld mit Armierungsnetz und Drahtzeilen zusammengebracht. Das Kunststoffnetz in Kombination mit Aussensfeld. Sie hat hier die fantastische Form von Bitumen. Ein Gesicht mit den Händen, die reinkommen sind aus Bitumen. Die Augen, die dort sind. Die Augen, die versteckt sind und im Schwarzen drin. Eigentlich sind die Sachen, die sie als Porin von ihrer Jugend geprägt worden ist in der Familie. Die sie hier zum Ausdruck geben. Ich heiße diese Schmierung inpatient. Erstens mache ich etwas mit PPD. Und ich pute es in eine heiße Musa spart. Ich habe eine andere Schmierung. Das sind drei Stück. Ich möchte euch bedanken, Gertrud und Hans, für die Möglichkeit, dass ich mit diesem Material arbeiten kann. Ich kann das Land sehen und mit so vielen wunderbaren Menschen hier. Danke. Danke. Danke.